Der Führer mit dem braunen Haken Der Führer, man, ich dachte jetzt Let's rock Timelais und der Reichstrickfilmverband präsentieren Reichstrickfilm, oh oh, oh, oh Adolfs, from the bunten Trickfilmkiste Eine einzigartige Sammlung arischer Kinderserie Das ist sogar Ariel Trump, Alter Oh nein, jetzt wird's ernst Das kenn ich auch noch, ja, das kenn ich auch noch Das war krank Adolf Pertag! Ja, die kennt man! Adolf Pertag! Der ist gut, der ist gut! Die Waffen-SS, Alter! Wow, Nazis sind super toll, Nazis! Und da scheisse ich mich auch ein! Wir sind Nazis, also das kann ich von mir nicht behaupten, aber na gut! Keinen Gips, der sie nicht mag, es sind Nazis. Oh, Scheiße. Oh, na jetzt. Adolf Hitler. Oh nein, nein, nein. Ich bin Adolf, Prinz von Germania und Verfasser des Bestsellers Mein Kampf. Der war halt so ein Prinz, sagt du Scheiße. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir eines Tages, als ich meinen Kochlöffel ausstreckte und sagte, bei der Macht vom Reichstag, ich habe die Kraft. Bei der Macht vom Reichstag, oh nein. Ich wurde Hitler. Hitler, Hitler, der sucht gut. Hitler, Hitler. Adolfs Dreckfilmkiste, Spiel, Spaß und Hochschwannung. Oh nein. Die Hitler-Turtles. Jetzt kommt die Hitler-Turtles. Oh fuck, Alter, ich scheiß mich richtig ein. Junge, Alter. Die Hitler-Turtles. Die Nazi-Hitler-Turtles. Neonazi-Hitler-Turtles. Oh nein. Oh nein, ich sterbe hier, Alter. Ich will das nochmal hören, Alter, aber richtig. Die Hitler-Turtles. Neonazi-Hitler-Turtles. Und das ist nicht mehr normal. Wie kommt man auf so eine Idee, Alter? Die Hitler-Turtles. Das dreht. Oh nein. Der Teenage-Mutant-Hitler-Turtles. Ich sterbe. Das ist so geil. Auch das ist so geil. Oh Gott. Das war ein Führer sehr bekannt. Und da, den kennt man. Von dem sprach alles weit und breit. Und diesen Führer bin ich meine Wälder. Und Adolf. Kleiner frecher schlauer Führer. Kleiner frecher schlauer Führer. Oh nein. Das ist aber doch zum Einscheißen, Alter. Adolf. Adolf, alle lieben Adolf. 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 Erzähle uns von dir. Oh nein. Adolfs Trickfeldkiste. Jetzt exklusiv auf YouTube und Reisbuck. YouTube. Hey, hey, Hitler. Oh nein. Komm, schmeiß dir nur weg. Mach mal. Bau eine Autobahn. Oh, oh. Jetzt wird es ernst. Hurra, hurra. Der Führer mit dem braunen Haar. Der Führer mit dem. Ich dachte, jetzt kommt der Hitler ist da. Aber damit habe ich jetzt nicht errechnet. Der Führer. Geil. Hurra, hurra. Der Hitler ist da. Jetzt kommt so. Ah, geil. Du, den Ärger nicht zu flotten. Du, schon ist die Dusche. Der ist dieser kleine Mann. Hurra, hurra. Der Führer mit dem braunen Haar. Hurra, hurra. Der Hitler ist da. Hurra, hurra. Juhu. Schwule. Und auch Behinderte. Doch zweigant. Oh, geil. Cool. Eilen zur Hilfe, ja. Ist der Krieg auch lang? Der Weg auch weit? Die sind stets für dich bereit. Hitler hat. Hitler hat. Hitler hat. Oh, oh. Jetzt wird es ernst. Hitler von Reck. Hitler, Hitler, Hitler. Den Juden geht es schlecht. Sie dürfen jeden Fall, was sie auch tun. Die Juden haben die Zeit, sich auch zu ruhen. Hitler, Hitler, Hitler. Okay, wenn ich davon ein Backup hochladen, muss ich das rausschneiden. Adolfs Kunter und der Trickfilmkiste. Vor die Glotze und dann ab nach Stalingrad. Okay. Hitler, Hitler. Oh Gott, Alter. 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 Oh Gott, der Superstar war das bezweifle ich. Aber Alter, ist das geil. Das ist so krank, Alter. Oh, oh. Heil dir. Ja, okay. Oh, oh. Jetzt wird es auch ernst. Oh Gott, okay. Das muss ich dann auch rausschneiden. Wo soll ich denn so einen Fernsprecher jetzt noch herkriegen? Lucky Youth. Lucky Youth. 50 Heuner, TKKZ, Benjamin Blume, der starke Nazi-Fund. Was, 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 was? Benjamin Blume, der starke Nazi-Fund. Was, was, was? Was, auf Nazis es fand? Und die drei Hakenkreuze. Die drei Hakenkreuze. Die drei Hakenkreuze. Die Führer war alles besser. Naja, nicht wirklich. Das war so krank, Alter. Junge, das war so witzig. Das war so krank, Alter.